Eine kleine Gruppe Demonstranten, größtenteils Lehrer, haben es geschafft, am Montag in das Studio der NET-Fernsehstation in Anten einzudringen. Die Demonstranten unterprachen ein Live-Interview mit Bildungsministerin Anna Diamantopolo, die den Vorfall unversehrt überstand. Die Gruppe ist verärgert über Sparmaßnahmen und Kürzungen. Als die griechische Polizei in Schutzausrüstung kam, verließen die Demonstranten den Ort jedoch friedvoll und es wurde von keinen Verletzten berichtet. An einem anderen Ort zeigten hunderte Lehrer Banner, spielten Musik und riefen Slogans während eines Anti-Regierungs-Marsches beim Parlament. Griechische Lehrer haben wegen der neuen Sparmaßnahmen einen Zweitagestreik in öffentlichen wie auch in privaten Schulen angekündigt. Sie sagen, dass ihre Gehälter bereits sehr niedrig sind und die erwarteten Kürzungen erniedrigend sein werden. Aber der Bildungssektor in Griechenland gilt als aufgebläht und Kritiker sagen, dass tausende von Lehrern auf der öffentlichen Lohn- und Gehaltsliste nie ein Klassenzimmer betreten haben. Es wird stark erwartet, dass der Sektor als Teil des Kosteneinsparungsprogramms der Regierung verkleinert wird, um die Schulden des Landes zu verringern. Die Proteste kommen vor dem am 5. Mai stattfindenden landesweiten Streik im öffentlichen und privaten Sektor. Von der Regierung werden neue Maßnahmen erwartet, um Zuschüsse und Prämien zu verringern, die Einstellungen zu stoppen, die Steuern auf Güter und Dienstleistungen zu erhöhen und den Mindestlohn abzuschaffen.